Ist der artig? Ja, ja. Das ist schon 16 Jahre alt. Ach. Mit ihm oder jung? Bitte? Mit ihm oder jung? Junge. Aber er kann kaum noch laufen. Kann man sich noch aufheben? Hm? Ja, ja. Was ist denn ein Hund? Ein Perian. Ja. Schön. Jetzt werden beide Schauspieler. Ja. Na ja. Die Tage sind gezählt. Na gut. Danke schön. Eines. 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 Einmal. Eins. Hundert. Ich fand das einfach bietet Hundert. Halt einmal. Eines. 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 Im. Untertitelung des ZDF, 2020